Willkommen! Ich bin Olga Heimert und möchte Ihnen die Tagesenergie mitteilen. Heute liegt die Energie sehr gut, um sich zu belohnen. Überlegen Sie einfach sich, wie oft Sie sich belohnen, wie oft machen Sie etwas für sich, nur für sich, vielleicht eine Kleinigkeit, vielleicht etwas, was Ihnen tatsächlich auch gut tun würde. Heute liegt die Energie sehr gut da, dass Sie das auch annehmen und wertvoll für sich verwerten. Herzlichst, Ihre Olga Heimert.